Nein! Was ist passiert? Was ist das? Das ist Tabea! Was? Das ist ihre Rüstung! What? Nee! Okay, nö! Wir machen keine Arena! Das ist mir zu viel! Nee, ich lief jetzt! Nein, ich geh auf! Was geht ab? Schoko-Freunde! Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Badwars! Mit dabei haben wir da hinten Tobias! Hallo! Und da hinten irgendwo Tabea! Ich seh dich gar nicht so krass! Hallo! Hast du Schluck auf? Nee, oder? Als ob du so Schluck auf... Niemand hat so Schluck auf, Tabea! Niemand! So! Was ist das denn? Hä? Das Ding ist, ich hab kurz was Kaltes getrunken, dann krieg ich so ein Dreier, Vierer hintereinander Schluck auf! Wollen wir Eis essen gegen? Klar, okay! Hei! Hei! Eis! So was... Okay, Leute! Wenn ihr Tabea Schluck auf auch so lustig fandet, oder nervig, oder beides, dann lass doch gerne mal ein Like da! Okay! Alles gut! So, ich fand das nervig! Tabea soll das das nächste Mal nicht machen! Okay! Nie wieder was Kaltes trinken, Mann! Komm, wir fangen an! Wir spielen Lucky Block Badwars! Wir haben jetzt hier unten ganz viele Lucky Blocke vorbereitet! Die Map wurde von einem Zuschauer gebaut! Ich glaube, er hieß Minecraft Coder! Grüße gehen raus! Außer diese Farben, die hat Tabea gerade noch gemacht! Let's go! So, und die Kisten hab ich geplaced! Tabea, trinkst du jetzt die ganze Zeit was Kaltes, oder was passiert da? TNT on Diamonds! Bitte gib mir... Dias? Nein! Ähm, ich weiß nicht, was die Person sich dabei gedacht hat, aber ich hab keine... Leute, ich hab keine... Ich hab keine Kisten mehr! Ich hab mir einen Stack Blöcke rausgenommen! Und das war's! Ich hab nichts mehr! Alles ist weggesprengt bei mir! Alles! Da baue ich mich jetzt einfach mal hin! Aber bei mir ist alles weg, Junge! Ich hab nur einen Stack Blöcke rausgenommen! Aber ansonsten ist alles verschwunden! Meine ganze Insel ist weg! Ich hab jetzt auch gerade alles verloren, weil ich gestorben bin! Ach, wann! Da schmeiß ich jetzt nichts mehr rein in diesen Brunnen! Das kann ja nicht sein! Ich hab nur die Shade-Blocke! Die anderen Blöcke kenn ich gar nicht! Hier sind noch ganz viele Mods mit drin! Ich weiß aber gar nicht, was die alle machen! Was hast du bekommen, Tobias? Ich hab so ne Kirsche bekommen! Willst du es mir aufgeben? Ja, ich hab jetzt ungefähr... Wie viele Herzen sind das? Fast 50 Herzen! Oh, das klingt ehrlich stark! Was sind hier für Blöcke? Da Plural! Die wollte ich auch mal testen! Hä? Hab ich Rüstung? Achso! Was ist das hier? Was hab ich denn hier alles gekriegt? Leute, ich hab das größte Schwert der Welt in der Hand! Ich mach euch alle fertig! Noch ne Chestplate! Wow! Ich fühl mich schon richtig OP! Ich geh einfach zu irgendwem rüber und kill den! Ist mir egal! Leute! Ich hab auch ultra viele Herzen, aber ich regeneriere mich! Warte! Oh! Ist das ein Goldapfel? Xiapfel? So! Ach komm! Wisst ihr? Ja! Tobias! Chill! Was ist das? Ich weiß es nicht! What? Bam! Ah ne das ist zum Essen! Okay! Ah! Tabea kann fliegen oder was? Hä? Ist das Tabea? Das... Ja oder? Tabea bist du das? Muss ja! Tabea kann fliegen Leute! Was? Das wird nix! Tabea kann fliegen! Und baut jetzt easy mein Bett ab oder nicht! Nein! Chill Tabea! Warte! Kann ich... Ich kann auch fliegen oder was? Ich hab nur Jump Boost und so! Ich darf nicht runtergekickt werden hier! Tabea ich will nicht direkt verlieren! Du hast auch No-Hit-Delay auf deiner blöden Chestplate! Kriegst du durchgehend Schaden eigentlich auch? Ja ne? Ja! Nein Tabea! Nein Tabea! Hä? Hä? Was? Ich konnte nicht laufen! Och ne! Hab ich jetzt verloren? Ja ne? Mein Bett ist weg! Geil! Okay ich spektate euch beide! Das kann ja nicht sein! Okay Tabea hat dich anscheinend auch zerstört! Du wirst gewandetet! Du wirst gewandetet! Ich hab gewonnen! Als ob du schon gewonnen hast! Ja! Ja Gigi! Das war die schnellste Runde Bad Wars überhaupt! Ich würde sagen wir machen noch eine Runde! Ja! Ich weiß nicht! Ich hab dich grad mit dem Block hier hab ich denk ihn gehittet ne? Er war One-Hit damit! Mit dem Block? Mit dem Block? Was? Warte! Geh mal raus aus deinem Game Mode! So! Nehmt ihr mich? Aber vielleicht hast du Stär... Oh! Aber das ist doch deine Rüstung oder? Das kann sein! Muss ja! Hast du Stärke oder sowas? Ja Stärke macht viel! Ja dann ist es die Rüstung! Ich hab gefühlt alles! Das ist ja geil! So seid ihr fertig? Habt ihr genug Zucker irgendwie zu euch genommen hier dass ihr hyperaktiv seid? Oder ähm... Ja weiter geht's! Okay weiter geht's weiter geht's! Ich hab dich gesehen Tabea keine Sorge! So! Los geht's! Ich nehm jetzt direkt alle Blöcke raus hier! Ich will mal andere testen! Blaze kenn ich auch nicht! Ja ihr dürft schon! Ihr dürft schon! Black Hole kenn ich auch nicht! Naxt! So! Diesmal gewinn ich hier! Was ist das? Hä? Mein Bruder hat sich alle Blöcke rausgenommen und meine Base ist schon wieder ruiniert! Das kann ja nicht sein! Was ist das? Wie viel Pech kann man denn haben? Bitte! Junge! Ich kann nicht sterben! Wie? Du kannst nicht sterben? Ja ich bin gerade... Ich fall gerade runter und kann nicht sterben! Wieso nicht? Hä? Ja! Bist du denn sterblich? Ich kann nicht sterben! Wie? Hä? Also ob du sterblich bist durch irgendwas! Ja aber ich kann halt auch nichts... Ich kann auch nicht fliegen! Deswegen kann ich halt auch... Ich bleib jetzt die ganze Zeit hier unten! Wie im letzten Pfad! Kann ich bitte hochgehen? Gib einfach... Gib einfach Slash Kill und dann deinen Namen ein! Dann kannst du dich selber aktivieren! Ich kriege irgendwie die ganze Zeit nur so... Weiß ich nicht was! Ich ess mal den Apfel hier! Ich würd sagen, ich bau einfach mal Tobias' Bett ab! Ansonsten will er nicht... Okay, doch das ist ja gestorben! Ach, ich hab auch meinen Texture Pack gar nicht drin! Ich Idiot! Keine Wunder, dass ich nicht gewinne! Was kann ich jetzt nicht reinmachen? Ich hab eins drin! Wahnsinn! Ah ne, das war ich! Ich dachte, das hat sich jemand anderes schon hier drüber gebaut! Wer ist denn denn? Das ist Tobias, ne? Ja? Na? Na? Hab ein bisschen Jumboos und ein ganz kleines bisschen... Oh ich kann fliegen... Das ist ja cool! Als ob du fliegen kannst! Wieso könnt... Oh, danke! Ey! Wieso könnt ihr mal fliegen und seid unsichtbar? ÄH! Was!? Nee! Leute, warum könnt ihr mal fliegen!? Ich kann doch keinmal fliegen! Ich hab Reinsband! Ach Leute, das ist doch euer Ernst, das ist unfair, das ist blöd, dieses Lucky Block Badwoss, das gefällt mir nicht. Ich will auch fliegen können, kann ich fliegen? Bau mal einen von deinem Blöden. Ah, ich kann auch fliegen, sehe ich gerade. Tobias, hallo. Nee. Hallo. Ja, ich kann auch fliegen. Was hast du denn da in der Hand, junge Pistole, oder was? Ist das ein Golf? Schießt das eine Golf-Belle, oder? Sieht einfach voll danach aus. Komm schon, stirb. Ich habe No-Hit-E-Lay da rauf. Bam. Wie viel hältst du denn aus? Du bist auch komplett unsichtbar einfach, ne? Das ist doch... Hallo? Stimmt, du bist doch unsterblich, oder nicht? Ja, du kannst doch nicht schaden. Hä? Jo, wer ist das denn? Ich gehe jetzt erst Tabea töten. Ich kann dir auch keinen Schaden machen, oder? Ich komme hier nicht runter, Tobias. Ich habe auch eine Levitation. Ich kann... Ah, doch, jetzt. Okay, doch, es geht, es geht, es geht, es geht, es geht. So. Kannst du mir auch keinen Schaden machen? Warte mal. Stärke, Resistenz 3. Hast du Schaden gekriegt? Ah, durch deine Waffe kriegt man Levitation. Lol, ich kann nicht runter, wenn du mich damit abschießt. Geh weg, lass uns lieber Tabea abbauen. Nein, hör auf! Hä? Hä, woher kriege ich Schaden... Hä? Lol. Hallo? Oh Gott, dauert das lange, das abzubauen hier. Wir müssen Tabea hier irgendwie wegkriegen. Ich kriege ansonsten ihr Bett nicht abgebaut. Team gegen Tabea. Habe ich eine Pickaxe? Habe ich nicht. Wo ist sie denn? Da vorne. Hä, nein, wie doch nicht. Mann, geh weg, ich will ein Bett abbauen. Tobias schießt doch nicht mich ab, Mann! Ich kann auch einfach... Ich kann mich ja nicht killen. Habe ich denn... Ich habe keine Pickaxe. Ich glaube, ich hau wieder ab. Ey, Tabea. So nicht, ja. Oh. Ja, ich bin aber mal ganz kurz wegkriegt, ob ich eine Pickaxe irgendwo hier rauskriege. Es ist lustig, aber gleichzeitig sehr deprimieren, weil man kann gar nicht... Man kann gar nicht gewinnen, habe ich das Gefühl. Was ist das denn? Oh, das ist ja krass. Hä? Warte. Ich bin irgendwo drin festgebackt. Äh... Baus ab, baus ab, baus ab. Okay, bin safe, bin safe. Das ist ja langweilig. Warte, warte, warte. Ich kriege auch durchgehend Schaden hier irgendwie. Hallo? Hä? 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 Ist nicht gestorben? Toreas ist tot, jawoll! Ich weiß nicht wie, aber... Was verstehe, ich wurde durch Magie getötet. Ja. Finde ich gut, weil... Magisch, Tobias. Ich brauche nur eine Pickaxe irgendwie. Ja, vor allem, Tobias ist da und ich hatte sein Bett schon abgebaut. Ach so, oh. Ja, oh nein. Was ist das für eine Chessplatte hier? Ich ziehe sie einfach mal an. So. Ich versuche noch irgendwie... Aha. OP-Items? Gar nicht. Ah! TNT! Ganz schnell weg hier. Versuche nur eine Pickaxe zu kriegen, wenn ich... Oh Gott! Schade, dass das nicht bei Tabea passiert ist. Dann wäre ihr Bett weg. Lol. Lol. Ich baue einfach Blocki jetzt bei dir ab. Ist mir egal. Vielleicht fliegt er im Bett. Warte mal, das ist ja auf. Oh, ich will das sehen. Ich fliege jetzt hier rum. Nein, 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 nein. Chill, 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 Tabea. Du kriegst auch gar keinen Knockback, habe ich das Gefühl. Das sieht so krass aus. Ah! Ah! Ja, nein. Jawohl, das Bett ist schon mal weg. Aber ich kann dich nicht killen, habe ich das Gefühl. Ah, du kannst fliegen. Ja, klar. Oh, das heißt, ich muss dich nur irgendwie runterkicken. Du kannst auch fliegen? Ach, das ist doch nicht dein Ernst. Dein Bett ist schon weg. Ja, aber Tobias und ich haben es nicht geschafft, uns zu töten irgendwie. Weil da habe ich ein besseres Schwert. Macht das hier dir Schaden? Äh, hi? Ich kann dich gar nicht hitten. Hey, ich treff dich doch auch einfach gar nicht, oder? Ja, was passiert hier? Von wie schnell? Ja, aber noch mehr Speed. Was ist denn los mit dir? Was passiert hier? Das geht jetzt unendlich lang so weit. Wobei, ich glaube, ich krieg Schaden. Ich krieg doch Schaden. Gar ganz schnell das hier essen hier. Ich glaube, das macht mich okay wieder. Ich weiß es nicht genau. Ah, geweckt. Treff ich dich überhaupt? Das fühlt sich so an, als ob du im Game-Out bist. Aber ich glaube, ich treff dich. Hä? Aber, aber, hä? Ich check auch gar nicht, was die alle, die Alters halt machen. Deswegen ist es halt voll schwierig, das herauszufinden. Ja, ich glaube, Tabea, du bist nicht im Game-Out, oder? Nein. Okay, ich glaube, ich treff dich auch manchmal. Das Problem ist, ich krieg Schaden, aber ich hab das Gefühl, du nicht brauchst was Besseres. Ich hab wieder diese komische OP-Rüstung. Gib mir irgendwas von den Shape-Blöcken hier. Teleport. Teleportier mich! Okay, funktioniert nicht. Ich baue mal weiter, blocke heimlich ab, schnell hier. Vor allem heimlich. Gib mir irgendwas Gutes. Nein, geh weg! Ich brauche gute Items, Mann. Lass mich hier in Ruhe. Ich farm hier nur, okay? Ich farm hier nur, Tabea! Halt, stopp! Dieser Giftschaden durchgehen, der nervt ja auch so hart, ne? Das ist ja unglaublich. Bam! Das killt dich, jetzt hab ich gehört, das Schwert. Ich kick immer noch keinen Schaden. Ich kick immer noch keinen Schaden. Hä? Es geht unendlich lang, diese Runde. Das ist ja... Das ist halt wirklich... Junge. Ich denk mir die ganze Zeit so, jetzt gleich, jetzt gleich und doch... Nein. Es war doch lustig. Inzwischen denk ich mir nur so, bitte. Bitte Ende, Runde. Bitte Ende einfach. Ich kann mir das nicht mehr geben. Oh Gott. Vor allem, du kickst mich gleich einfach wieder weg. Dann bin ich... Fliege ich zehn Meter weit so. Komm. Ja! Hab mal noch mehr Knockback auf dein blöden Schwert drauf, Mann. Das ist die nervigste Runde Bad Wars überhaupt. Das glaubt mir ja keiner. Das kann ja nicht sein. Ey. Nee. Diese Bad Wars-Runde endet einfach nie. Bitte, Tabea. Stirb einfach. Das tut doch. Wenn ich du wäre, würde ich meine Rüstung ausziehen. Wenn ich du wäre, würde ich meine Rüstung ausziehen. Ich hab zuerst gesagt. Reden Event startet bald. Leute, gibt's Events. Doll. Das echt? Wir sind halt auch zehn Millionen Mods drin. Ich weiß gar nicht, was der alles hier mit reingepackt hat. BAM! Du, Momschmeißen. Oh, Tabea hat sich was anderes angezogen. Ja, aber das ist schwer. Es gibt immer noch zehn Millionen Knockback. Guck mal, es ist einfach egal. Oh, du hast so OP-Shade-Rüstung, glaube ich, auch an. Äh. Oder? Ich glaub schon. Ich glaub, Tabea hat gute Shade-Rüstung bekommen. Ich bau die jetzt auch ab. Die gibt halt 10.000 Herzengefühl. Als ob. Aber ich krieg irgendwie auch keinen richtigen Schaden. Weil du auch so Schutz 23 Millionen hast. Gefühl. Was machen wir jetzt, Tabea? Eine Arena bauen. Schlagen wir uns und wir abbauen. Bis wir tot sind. Komm, wir bauen eine Arena. Okay, okay, okay. Das find ich gut. Was passiert? Das ist das Event. Das ist das Random Event. Yo. Nee, das ist nicht das Event. Das bin ich. Hä, wie? Das bist du Sponsor an Enderman oder was? Ja. Hör auf. Guck mal, wie viele da sind. Der Server-Crash 100%ig einfach gleich irgendwann. Hör auf. Junge. Ich hab schon längst aufgehört. Okay. Ja, die werden wir nie los, die Enderman. Wieso brennen die überhaupt alle? Weil Tag ist. Aber die überleben doch bei Tag, oder nicht? Ja. Nein. Was ist passiert? Hä? Was ist das? Das ist Tabea. Was? Das ist ihre Rüstung. What? Nee. Okay, nö. Wir machen keine Arena. Das ist mir zu viel. Nee. Ich lief jetzt. Nein, ich geh auf. Das war ein Item. Ich hab's weggemacht. Ich komm wieder. Okay. Aber das ist mir zu viel. Das sind zu viele Items für mich. Ich kann dich eh nicht killen. Slashkill. Ich hab's getötet? Ja. Warum? Mal mehr. Mein Leben ist weg. Du bist unsterblich, oder was? Hast du Slashkill eingegeben, aber sie stirbt nicht? Nein, ja. Was? Was? Man kann sie... Kann man mich töten wahrscheinlich, ne? Ich hab wahrscheinlich nicht so Glück. Ich hab's auch nicht töten. Ryan X Cole. Ja, doch. Weißt du? Natürlich. Tabea hat wieder die Rüstung, dass sie nicht sterben kann. Und ich sterbe einfach. Geil. So. Und ich respawne sogar. mit Poison, Wither und noch irgendwas. Das ist ja mal wieder eine super Runde. Okay, Tabea hat beide Runden gewonnen. Das Ganze ist vorbei. Ja? Aber ich hab grad so ein geiles Schwert bekommen. So Angriff. Eine Million. Das ist so aus wie ein bisschen krasser Anilika. Ich lieg auch einfach nur runter. Das war's. Leute, danke fürs Zusehen. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like da. Und wir sehen uns morgen um 16 Uhr bei einem weiteren Video wieder, wo Tabea nicht unsterblich ist. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.